Hey, Tarok! Ich? Achso, sag das doch. Hab ich doch, Mann! Du machst mich wahnsinnig! Äh, warum schickst du mir keine Einladung, Mann? Ich kann dir keine Einladung schicken, Mann. Deine Moller kann mir eine Einladung schicken. Nein, kann die auch nicht. Wie heißt denn das Spiel? Wie gestern, glaube ich. Multitarok. Gestern haben wir gar nicht gespielt. Ja, ist mir auch egal. Haben wir das halt vor, 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 morgen. Gestern bin ich über Spielbetreten reingegangen. Das geht jetzt nicht. Was wirst du tun? Ja, dann geh doch einfach mal auf Skype auf Spielbetreten. Auf Skype. Achso. Nein, auf Steam! Oh, Mann. Hab ich doch schon gemacht, du. Okay, ich starte nochmal neu. Was wirst du tun? Passwort. Sexismus in Spielen und der Steinsimulator. Das ist zu lang, das passt leider nicht. Passwort, äh... Passwort, äh... Nein, warte. Was wirst du tun? Wie heißt das Passwort? Geil. Nein, diesmal nicht. Das Passwort ist, ich bin dumm und immer die Anfangsbuchstaben groß. Okay. Ich nicht, doch. So, nimmst du auf. Was wirst du tun? Mach ich schon die ganze Zeit, ja. Geil. Er hat... Nein, wollte ich gar nicht. Nein! Warum kannst du da die Farbe verändern? Das ist ja voll unfair! Deine Mutter ist unfair, so. Was macht dir denn immer meine Mutter? Die hat denn gar nichts getan. Was glaubst du? Ja, das glaube ich! Man kann ja eigentlich nicht starten. Dein Mutti. Uff. Starte das Spiel. Starte das Spiel. So, Level Ender, Mann. Starte das Spiel! Kann ich jetzt? Okay, ja. Hä? Hä? Wieso hast du denn Arena-Modus eingeschaltet, Mann? Ich hab kein Arena-Modus eingeschaltet. Okay, nochmal raus hier. Tschüss! Ja, was kann ich denn dafür, ey? Ja, hast du das eingestellt? Dein Mutti ist Herausforderung. Aber es ist ja eh falsch. Okay, Passwort. Ja, ist ja gut! Ich dachte, das wäre noch eingestellt gewesen. Deine Mutter ist eingestellt! So, gleiches Passwort wie eben. Warte, ich muss das nochmal in Effekte hochstellen. Hey, kannst du bitte nochmal das Passwort vorlesen? Ich hab das vergessen. Tigerwee ist dumm. Nee, das geht nicht. Das ist falsch. Da kommst du nicht rein mit. Achso. Ja, du bist dumm. Jetzt join einfach, Mann. Hab ich doch gerade. Du bist nicht dabei! Das Passwort ist falsch. Ja, dann... Du hast ja bestimmt erst geschrieben, du bist dumm oder so. Ja. Ja, ist aber falsch. Hä, was denn sonst? Hab ich dir doch eben gesagt, Mann. Sag nochmal, bitte. Hab ich dir eben schon gesagt, das reicht. Ich weiß nicht, sag nochmal, bitte. Ach, verdammt, warte. Ich weiß, Mann, das ist ja auch alles abgeschmiert. Warte, 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 warte. So. Du bist dumm. Funktioniert doch. Wo ist dein Problem? Alter, du hast es ja auch noch hingekriegt. Was hab ich hinbekommen? Warte mal, du musst es auch in den Chapter einstellen, ne? Wo mach ich das? Äh, Kapitel wechseln. Nein. Ja, wo mach ich das denn? Da, geht doch. Angriff der Gobkrieger, oder? Nein, das... Chapter 2. Ja, okay, nochmal, Schunkelbedrohung, oder wat? Ja. Aber wo müssen wir denn überhaupt? Ja, was? Weiß ich nicht. Ja, ich gucke nochmal, warte. Da haben wir aufgehört. I will watch again! I will watch now! And see! Wer wie was! Shalalalulu! Oh, die Musik, sie ist so episch! Oh, mein Gott, der Baska nicht! Ich bin der Papa! Alter, wieso hast du plötzlich 600 Millisekunden gehabt? Yeah, put me guard! Weil das sind Freunde, der Scheiß-Bambus-Schleißen sich wieder zum Zniss. Ja, deshalb! 200 Millisekunden! Okay, ich weiß wieder, wo wir waren. Wir waren da, wo es so gebackt hat. Und wir dann... Hab ich doch gesagt! Ja, ist ja gut, Mann! Nein, es ist nicht gut! Bei mir keiner... Warum zählt das jetzt von 10 runter? So, kann man die Scheiß jetzt ein bisschen überspringen? Klick hier! Mann, warum kann man die Kacke denn nicht über... Geht doch! Ey, mir ist gerade aufgesch... Fallen, dass... Aufgesch... Ja. Dass da Kaffee steht. Wo steht Kaffee? Neben dem Buch. Was für ein Buch. Ich hab noch ein Ladescreen. Ja, das war schon vor dem Ladescreen, aber egal. Ach so. Ach so. Na dann! Ist ja alles leicht! Ey, wenn du innerlich hochgeraden hast, kann man aber auch noch einen Vornam fahren. Netten Scheiß werden wir tun, ey. ... ... Für mal, was willst du jetzt schon wieder hier? Verpissst dich mal, ey! ... Ich würde mich gerne zum Hexzprojekt anmelden. ... Ja, zu beleidigt, ich bin ehrlich. Ich bin Spätz-Natz. Spätz-Natz, heis Spätz-Natz. Spätzli. Hi, Spätzli. spielst du die spielst du? Mann, ich will das überspringen, man. Lass uns in die Klapsi gehen. In die Klipsi-Klapsi. Gibt dir doch mal einen Klaps. Wenn du verstehst, was ich meine. Wer ist schon der gegangen, denn? Bubble. Ich glaube, wir haben... 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 Höh? Achso. We falled to the floor. We falled to the floor. I am a German. Papudi-Bit-Busch. Oh, you are also a German. Oh, that is really interesting. A banana. I have a banana. Oh, oh. Hey, guck mal, ich hab Ex-Kademur. Wie geil ist das denn? Oh ja, geil. Oh ja, super. Oh ja. Ey, das war das Schwert, was ich letztens hatte. Sorry. Oh, nee, das war ich. Das war der falsche Knochen. Äh, nein, ich hab dich umgebracht. Nein, Ex-Kademur. Ich hab aus Versehen Feuer auf mich selbst gewirkt. Das war nicht so clever. Och nee, da ist ja Spacken ja schon wieder ein. Ah, oh nee. Nö, 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 nö. Ach nee, ich krieg ja schon. Oh ja. Alter, hör jetzt auf zu brennen. Warum hab ich noch kein Wasser? Fühl dich. Oh, oh. Vamos a la Playa. Oh, oh. Brimdata, brimdata. Oh, danke. Aua. Ey, du Sackgesicht, ey. Mach das jetzt wieder nass, Mann. Was soll ich jetzt nass machen? Nein, ich will, 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 ich will. Fick dich. Alter, ich heil dich auf die ganze Zeit, Mann. Sorry. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ja, weißt du, letztes Mal hast du das dauernd gemacht, das muss ich das auch mal machen. Das gibt dir jetzt das Recht, oder was? Ja. Du weißt doch eigentlich, wie man den besiegt. Teichbrenner. Wie kommt denn das bloß? Weiß ich auch nicht. Du bist mega stumpf. Warte, ich zeig dir jetzt mal was mega cooles, ja? Warte, wie war das? Äh, so. So, guck mal jetzt. Warte, bleib mal stehen. Jetzt ist aber erst kacke. Vamos a la Playa. Oh. Warte, warte, bleib mal kurz auf. Okay. Okay. Wollte ich nur mal, äh, gesagt haben. Ah, hier war eine Stimme. Ah, hier war eine Stimme. Sagst du doch mal hallo, oder so, oder? Ja, Moment. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020